Männer, jetzt geht's los! Jannis, gib Gasse, Jannis! Ich mach auch! Die sind unter Druck, die sind unter Druck! Huuuh! Auf den Nieder! Jawohl! Wir sind bärenstark und sollten mit unseren Gegnern helfen keine Probleme haben heute. Wir haben sehr viel Schnelligkeit bei uns im Team und darüber kommen wir. Wir haben schon das gegnerische Team angeguckt, da sind wir deutlich im Vorteil. Es ist gut! Boah, ist das Dicke Hasen! Ich hab mich natürlich für viele Legenden entschieden, weil ich die jetzt nicht so bei meinem Ultimate Team mit drin hab. Deswegen wollte ich einfach mal schauen, was diese drauf haben. Zeit, Zeit, Zeit! Ja! So sieht's aus, ey! Wenn ich mir so unsere Gegner angucke, da sehe ich nicht viel, was uns entgegenkommen könnte. Ich glaube, man wird schon sehen, dass wir beide hier die Nationalspieler sind. Ganz einfach. Wir haben die Aufstellung geändert. Wir haben jetzt Manuel Neuer am Tor. Das war der beste Torwart der Welt. Bisher kamen große Sprüche. Schauen wir mal, was dahinter steckt. Wir haben genug Qualität, um zu gewinnen. Neuer ist vorne, Neuer ist vorne. Warum ist der faule? Neuer ist Neuer! Ja! Finale! Herzlichen Glückwunsch! Ja! Ja! Da ist das! Wuuu! Schiech, schiech, schiech! Was für ein Tor, ey! Ja! Ja! Wie geht das? Wuuu! Was denn los da? 3-0! Tito den Stecker! Ja, Junge! Genau so sieht's aus! Jetzt kommen wir! Jetzt kommen wir! Pelé, kommt doch! Ja! Die passende Antwort! Ja, volle Halbzeit noch! Juli! Juli! Jawoll! Dankeschön! Danke! Vielen Dank! Das Finale war früh entschieden, muss man sagen. Aber den Zahn früh gezogen und ja, da kam gar nichts auf. Das muss ich sagen. Da waren wir auch ein bisschen enttäuschtern im Finale von Kruse und Kramer. Oh, wow! Dann werden wir auch ein bisschen wirken. Ich habe immer das ganz schön gemacht. Ich muss den Zahnaryn mit dirheben. Vielen Dank.